Musik Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance Mod Showcase Wir haben heute ein paar Mods für euch vorbereitet und werden euch diese vorstellen Falls ihr Fragen habt oder falls Fehler auftreten oder falls ihr nicht wisst wie ihr die Mods installieren sollt Dann geht auf Nexus Mods Die ganzen Mods sind auf Nexus Mods bei Kingdom Come Deliverance Es gibt dabei so um die 144 Mods und heute präsentieren wir euch 5 davon Und zwar die am meisten häufig genutzt normal Und dann nehmen wir die wenigst häufig und dann machen wir auch noch so Vergleiche und so weiter wie ihr dann halt wollt Ihr könnt euch in die Kommentare vorschlagen welche Mods wir vorstellen sollen Und die erste Mod ist Unlimited Saving Und zwar von der Mod gibt es zwei Versionen Einmal eine Version die ich gerade installiert habe und zwar Für die Version braucht man auf jeden Fall einen Retterschnaps in seinem Inventar Wenn man keinen Retterschnaps in seinem Inventar hat kann man auch nicht speichern Die zweite Version ist man braucht gar keinen Retterschnaps und man kann ständig speichern Aber wenn du keinen Retterschnaps mehr hast wie ich jetzt dann wenn ich das enttrinke habe ich keinen mehr dann kann ich auch nicht mehr speichern weil ich ja die andere Version habe Und wenn die Version funktionieren soll darfst du nur hier speichern dann funktioniert die Mod Bei Unlimited Saving war es die Version 1.1 So zur zweiten Mod Bow.radical Also das ist eigentlich relativ einfach zu erklären Wenn wir mal den Bogen herausnehmen So normalerweise gibt es hier wenn du jetzt den Bogen nimmst keinen Dot in der Mitte Der ist normalerweise weg und es ist eigentlich viel schwieriger zum zielen Jetzt kann ich einfach so schießen Gut dass ich daneben geschossen habe weil sonst würde ich mich jetzt angreifen oder weglaufen Je nachdem oder tot sein Oder tot sein Wahrscheinlich tot sein Ja Wenn ich jetzt wahrscheinlich jeden Fall gesehen Okay Okay Jetzt rufst du die Wachen schon Die Wort ist aber ganz einfach erklärt Man hat einfach ein Dot zum zielen und somit ist es einfacher mit dem Bogen umzugehen Jetzt müssen wir wegrennen Bow.radical war es die Version 1.0 So wir haben jetzt neu geladen dass es Nacht ist Also wir haben jetzt eigentlich gewartet bis es Nacht ist Und die nächste Mod ist Easy Lockpicking Und jetzt bei Easy Lockpicking ist es die Version 1.7 Easy Lockpicking auch selbst erklären Und zwar hat die Mod aber eine gewisse Voraussetzung Durch die Mod kann man zwar jede Tür aufsperren Aber nur wenn sie deinem Level entspricht Dann kann man sie instant anlocken Und zwar sehr einfache gehen vom Level 0 bis 6 Die kann man dann sofort aufsperren wenn du dieses Level hast Einfach geht von 7 bis 9 Schwer von 10 bis 14 Und sehr schwer von 15 bis 20 Auf zum nächsten Mod Die nächste Mod die Nummer 4 ist Unlimited Weight Das ist die Version 0.3 Und davon gibt es jetzt sehr viele Versionen Ich habe gerade die Version installiert wo du das Mindestgewicht von 66 auf 500 raufsetzt Und zwar gibt es dann noch andere Versionen Nämlich das raufsetzen von 66 auf Boah das sind viele Zahlen So viel haben wir nicht in der Schule gelernt Auf ganz viele Neuner Auf gefühlt unendlich Also ja Wahrscheinlich unendlich Weil es gibt wahrscheinlich keine Möglichkeit so viel überhaupt zu sammeln In einem Leben Von 66 auf 666 Gerade nochmal satan entkommen an der Stelle Von 120 auf 1120 Von 240 auf 2240 Von 66 auf 120 Von 66 auf 240 Und auf unendlich praktisch Und noch zusätzlich Ausdauerverbesserung Genau das ist dann eher zwei verschiedene Versionen von dem Mod Von dieser Mod Und Ja Jeder der was will kann dann eine gewisse Version installieren Wenn man halt jetzt nicht so viel So unendlich viel mehr Gewicht haben will Dann soll man sich alleine mit so 120 Setzen es halt auf 120 rauf Ich finde 500 ganz angenehm Weil ich hatte nie mehr als 500 Ich habe immer so Zwischen 200 und 400 mehr habe ich nie Weil dann Dann kommst du wieder in eine Stadt wo du eine Ruhe hast Oder einen Händler hast Weil wenn es zum Beispiel Es ist immer so schlimm Ich habe mir die Mod nicht nur installiert fürs Jagen Weil beim Jagen bekommt man halt so viel Und das hat so unendlich viel Gewicht Kommt mir halt vor Naja Jeder der wills kann sich die Mod nicht installieren Ich will Ich will Ich will Auf den nächsten Mod Die letzte Mod für heute heißt Skip Intro Videos Skip Intro Videos erklärt sich eigentlich auch wieder von selber Aber wem die Intros am Anfang nervt Also von Warhouse Studio Deep Silver Dann Crysis Angel Und dann halt dieses Intro wo er erzählt Vom König Wie der gestorben ist Und dass der Wenzel jetzt übernommen hat Das kann man alles überspringen Man hat aber trotzdem am Anfang noch einen Black Screen Der was eine kurze Zeit dauert Weil das Spiel muss ja die Daten trotzdem laden Aber es ist trotzdem schneller als würde man die ganzen Intro Videos anschauen Ja und im Prinzip waren das die Top 5 Mods für heute Wenn Fehler bei der Mod auftreten sollten Dann geht einfach auf die Seite wo wir die Mods runtergeladen haben Nämlich Nexus Mod Und dort steht eventuell schon wie man die Fehler beheben kann Und wenn ihr wissen wollt wie ihr Mods installieren könnt Oder die Mods installieren können Dann steht das eben auch bei Nexus Mod Und alle Mods die was wir heute vorgestellt haben Sind in der Beschreibung verlinkt Das heißt ihr müsst jetzt nicht selber noch aussuchen oder so Sie sind alle in der Beschreibung verlinkt Und nochmal in den Kommentaren verlinkt Ich hoffe euch hat das Video gefallen Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mod Showcase Von Kingdom Come Deliverance Tschüss Jakowski Ciao Ciao Wir arbeiten mit Kooperation Gemeinsam mit Kinguin Das heißt wir haben Affiliate Links in der Beschreibung Wenn ihr darauf drauf klickt und dann den Code Foul eingebt Dann kriegt ihr einen Rabatt und wir kriegen eine Kleinigkeit an Geld Zugeschrieben Kinguin ist eine Seite ähnlich wie MMOGA Wo man halt Steam Keys erwerben kann Wo man halt die Keys von Steam ein bisschen billiger bekommt Ihr bekommt sie dann mit dem Code Foul um 3% verbilligt Und wir haben einmal ein Affiliate Link für Kinguin Und einmal ein Affiliate Link für Amazon Und in der Videobeschreibung ist vielleicht noch ein Link direkt zu Kingdom Come Deliverance Und wir verdienen da halt ein paar Cent mehr Wenn ihr uns unterstützen wollt Kauft euch das Spiel über diese Links Und zusätzlich könnt ihr uns auch noch unterstützen über Patreon Das ist eine Seite wo ihr monatlich zahlen könnt Und wir haben es so eingestellt Dass ihr zum Beispiel auch nur 1 Euro da lassen könnt Das würde uns sehr viel helfen Und könnten wir uns zum Beispiel ein neues Equip kaufen Ja und ihr habt dadurch auch einige Vorteile Genaueres gibt es auf unserer Patreon Seite Aber so als Schmankerl Kann man uns sagen Dass ihr zum Beispiel die Videos vor allen anderen seht Oder in den Videos einfach am Schluss erwähnt werdet Wenn ihr uns ein bisschen Geld da lasst Deswegen Dankeschön Dankeschön Falls ihr es auschecken wollt Falls nicht auch ok Und damit schönen Tag noch